Okay und da sind wir zu einer neuen Siedlermission mit Kartago. Ich habe die tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe sie mir aber schon mal angeschaut und festgestellt, der Start ist ein wenig seltsam. Wir haben keine Rohstoffe und keine Werkzeuge hier. Wir haben ein paar Siedler mit Werkzeugen, aber ansonsten müssen wir uns alles von hier holen. Ich hoffe jetzt nur, dass die automatisch das zur Siedlung bringen, weil sonst haben wir ein Problem. Moment, wir müssen das ein bisschen... Och Leute, man seid jetzt dämlich. Wer hat sich überlegt, dass man die Sachen mit Dieben transportieren soll, wenn sie nicht im großen Stil so steuerbar sind? Willkommen zum Stream. So, die Pios gehen mal kurz dahin. Machen da weiter bis auf die 6. So, wir brauchen nicht so viele Geologen. So, die Saboteure können auch hier rüber. Hier auch. Wir starten mit dem Priester, das ist sehr gut, weil da macht es eigentlich voll Sinn, auf eine Minenbatterie zu gehen. Auf der anderen Seite finde ich das eigentlich... Ich möchte keine richtige Batterie hier im Singleplayer bauen, ehrlich gesagt. Das sind doch jetzt 6. Nein. Grün... Was für ein Krampf mit der Markierung hier. So. Boom, boom. Da ist noch ein Geologe. Pass auf, einen schicken wir rüber, weil Eisen finden wir nur da drüben. So. So, das erobert ihr auch und dann verbinden wir das. Na einmal jetzt. So... Eine... So. 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 So, sobald ihr dann rüberkommt, eroberte bitte das Steinfeld. Wir brauchen ein paar Holzfäller, und zwar Wanderholzfäller, Moment, das verbindet ihr bitte noch? Okay, hier ist das Säge weg, das ist okay. Da brauchen wir ein Haus. Ne, nicht aus dem Turm, so rum. Ich bin komplett raus aus der Geschichte hier. Hä, bin ich jetzt so... Ach, der Soldat hat mich schon rübergeschickt. Dann ist ja gut. So, ein Tempel wäre vielleicht schon mal sinnvoll. Die Frage ist, wo haben wir hier gerade mal Fische? Hier. 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 Okay, hier an der Bucht. Ist... So, die hast ab, die erobert. Hier. 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 인가 So, ihr macht mal da voll. Hallo Keeper, willkommen zum Stream. Pass auf, wir machen eine Batterie für Brot. Wo ist unser Priester, den wir vorhin hatten? Da. So, erkunde mal schön hier, wo wir rankommen. So, ihr Hund werdet zu planieren. Dann können die nämlich noch ein bisschen nacharbeiten. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier gar nicht einen Fischer hinbekommen. Hier geht aber einer. Ah, ich dachte schon, wir starten mit Gold, aber siegt mal den Goldminen. So, eine Eisenmine. Das sind leider, Eisen ist aus irgendeinem Grund hier auf der Karte nicht mit Metzl vorkommen. Dafür der ganze Rest. Und falls man das gelegentlich hämmern hört, das liegt daran, dass die Wohnung über uns renoviert wird. Da habe ich aber leider keinen Einfluss drauf. So, euch benötige ich nicht mehr. So, euch benötige ich nicht mehr. So, wir machen hier mal nur so eine absolute Basic-Batterie mit sechs, sieben Minen. Ich lasse mich raten, da oben kriege ich keiner mehr hin wegen dem Baum und den Baum kriege ich nicht weg. Entschuldigung. So, das war es gut. So, dann helft ihr hier oben. Und auf jeden Fall eine weitere Axt. Okay, hier ist einfach gar keine Chance. Ist hier Fisch? Kann ich da etwas springen sehen? Ja, hier springt was. So, wir brauchen einen Hammer. Ist hier irgendein Geologe, der meint nichts mehr tun zu müssen. So, ich hoffe ich muss nicht save scummen, aber ich finde das halt echt immer noch nervig mit dem Zielen bei der Batterie. Da wünsche ich mir immer noch irgendwie ein Overlay, dass man Zauber besser zielen kann. Ja, okay, hier ist mit Dings nichts zu holen, wir brauchen mehr Äxte. Dann machen wir auch mal noch eine Säge. Da würde eine Fischerhütte hinpassen, aber das tut mir in der Seele weh, so weit weg vom Wasser eine Fischerhütte bauen zu wollen. Die Fischerhütte Okay, Schwierigkeit ist normal, sehr gut. Ich hatte schon die Befürchtung, wir müssten neu starten. Super, das sind nur vier. Das bringt ja total viel. Egal, ich denke, das sollte unser Kohlebedarf erstmal decken. Was läuft an? Einen Jäger haben, nein, einen Jäger haben wir nicht, aber wir haben eine Waffenschmiede, das heißt, wir könnten tatsächlich echt mal einen Jäger hier hinsetzen. Die Esel hier gehören übrigens nicht mir, das finde ich ein bisschen komisch, aber ehrlich gesagt, dass da der Kartenersteller wenig geschludert hat. So, ihr könnt hier nachbessern. Wie viele Südler streiken, Moment, 13. Okay, wir bauen ein großes Wohnhaus. Bis das soweit ist, sind hoffentlich noch genug Gebäude fertig, dass das kein großer Verlust ist. Danke für deine Arbeit beim U-Bo und Z-United. Kein Ding. Ich bin ja schon froh, dass U-Bo so stark angenommen wurde. Ich hatte tatsächlich damals deutlich mehr Widerstand dagegen gerechnet, aber es ist ja inzwischen im Multiplayer praktisch der Standard. Abgesehen jetzt von LG, wo es den Leuten ziemlich egal ist, weil es in LG halt im Grundlegenden nicht viel verändert. LG war eigentlich vorher schon ziemlich gut balanciert und die Änderungen machen sich halt da eher spät bemerkbar bzw. wenn man Trojaner spielen möchte. Ach, einen Schmied hatten wir sogar schon. Ne, da hat die Sachen fertig gemacht. So, wir lagern mal Gold und sch- So, wir lagern mal Gold und sch- Bögen ein. Wir brauchen einen Bogen direkt für die Jagdhütte. Hier sind auch Fische. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen die Bäume da oben weg machen. Wir könnten jetzt ein bisschen mit Mana noch boosten, aber ich behalte es erstmal noch, dass wir die Brotproduktion noch ein bisschen links liegen lassen können. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Dich benötigen wir nicht mehr. Wir brauchen so ewig lange um den Stein zu transportieren. Wir haben zu wenig Sita. Das ist natürlich jetzt scheiße. Wir brauchen so. Du findest keine Bäume mehr. Dann mach mal die Äuglein auf. Ich glaub den Arbeitsbereich mach ich wirklich noch größer. Da wurde nachgefragt. Und ich seh da auch echt keinen guten Grund gegen. Wenn ich mich was ja auch drüger bekommen will, ich weiß starke. Oh Mann. Ach so. Okay, der Jäger ist fertig geworden. Hier gibt es auch noch mal Fisch zu holen. So, die Siedlärmung sollte sich gleich erledigt haben. Noch acht Streiken Siedler, aber das ist jetzt vorbei. So, wir müssen nach 60 Minuten mit dem ersten Angriff rechnen. Ich glaube von Spieler 5, das dürfte ein Wikinger sein. Das heißt, es ist nicht gut sich auf einen Turm zu verlassen. Wir planen mal 10% Rucksack-Katapultisten ein. Hallo. Boah, diese Slider sind echt... So präzise arbeiten mit der Maus finde ich manchmal ein bisschen nervig. So, du findest keine Bäume mehr. Dann geh hier rüber. Es fehlt eine Axt jetzt doch. Stellt mal bitte langsam die Kaserne fertig. Der Aussichtsturm kann weg. Der hier langsam auch. Dann sorgen wir noch mal für mehr Planierer und Bauarbeiter. Eisen müsste ja jetzt langsam mal ins Rollen kommen. Wie viele Spitzhacken haben wir noch? Gar nichts mehr? Hä? Hatten wir nicht irgendwie 12 Saboteure? Achso, wir haben eine Spitzhacke hier ausgegeben. So, noch mal zwei mittlere Wohnhäuser. Kaserne ist fertig. Auf jeden Tag. Was haben wir lieber schon? Also, aaller Partner sind die Kräfte hoffen. Was die Trojana ja angeht, muss ich ja sagen, das werde ich auch nochmal in irgendeinem 7.5 Video bestimmt nochmal aufgreifen, wenn es soweit ist. Ich finde, das Rucksack-Katapult müsste hier in der Pfeilmanufaktur hergestellt werden, aus Schwefel, also Schwefel, Holz und Kohle. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Spezialwaffen, wo es Sinn macht, die nicht in der Waffenschmiede herzustellen, aber ich finde, das ist der einzige Weg, dass Schwefel mal irgendwie halbwegs eine Rolle spielt. AdWords, willkommen zum Stream. Brauchst du Ablenkung von der Arbeit? Okay, ja, das hier ist langsam vorbei, dass die Steinmine bald kommt. Du bist fast fertig, du bist fertig, du wirst jetzt fertig. Okay, dann haben wir gleich auch erstmal keine Siedlerprobleme mehr, dann kann das nächste große Wohnhaus auch in Auftrag gegeben werden. So, wir haben freistehende Siedler. Das heißt, wir fangen an zu rekrutieren. Unser Brot ist immer noch ziemlich voll. Während sich das alles hier lichtet, machen wir mal ein Wasserwerk. So, und hier geht es los. Ich muss ja sagen, mit Uwo sind einfach, vor allem bei den Trojanern, finde ich die großen Wohnhäuser, das ist so befriedigend. Das dauert zwar ewig, aber dafür kriegt man halt auch erstmal richtig viele Siedler. Wie es jetzt lustige ist, dass man Rucksackkatapulte in der Pfeilmanufaktur herstellt, könnte ich theoretisch schon reinmonnen. Allerdings würde das nichts daran ändern, dass man weiterhin auch Rucksackkatapulte in der Waffenschmiede herstellen kann, was nicht unbedingt schlimm wäre, aber okay. Und so hätte es halt keine Möglichkeit mehr, Explosivpfeile für die Ballisten herzustellen, was aktuell auch kein Riesenverlust wäre. Ich glaube, es gibt nicht mal eine Mission, die das bei den Trojanern wirklich nutzt. Aber uncool wäre es schon. Und da ich ja mit den Kriegsmaschinen für Uwo ja auch noch ein bisschen was vorhabe, ist das leider nicht akzeptabel. Oh, okay, okay, okay. Es wird hier reingesiedelt. Verstehe. Tschüss, Pio. Es war schön mit euch. Komm, ich will nochmal welche. Ich muss beide beiden Krankheitsteiger aufarbeiten. Ja, das ist immer mega uncool. Also gerade in deinem Fall. Ich kann nicht zulassen, dass ich mir hier reinsiedle, Leute. Ich hoffe nur, das triggert jetzt die KI nicht. Zählt das als eroberter Turm, wenn der Turm noch keinen Soldaten drin hatte? Okay, hier machen wir später auf jeden Fall mit dem Abkürzungszauber. Also allein schon, dass unsere beiden, unsere Siegler dann später dahin können. Weil ich will das Gebiet vom blauen Spieler unbedingt erobern. Ah, das Haus ist fertig. Du bist durch. Ihr seid fertig. Steinwiene brauchen wir also noch einer. So, wir übertreiben hier mal ein bisschen. Im Nachhinein würde ich sagen, Verteidigungsstellung von Anfang an herein hier hin. Aber ich wollte halt den großen Turm nutzen, der halt da schon stand. Ja, okay, ihr seid durch. Ach, ein Holzfäller passt da hin, aber keine Fischhörte. Wie nett. Okay, das gibt einen kleinen Gegenangriff, aber... Na gut. Hier haben sie jetzt schon ge... Alter, hauen die... Ja, ist okay. Problem ist, dass wir gleich angegriffen werden. Ist gut, die Nählst du ganz aufhören, Zauber zu spammen. Wir haben zu wenig Eisen. Lesen, die Eisenschmerze ist nicht schnell genug. Okay, bleibt nichts anderes übrig. Also, wir müssen boosten. Naja, wenigstens etwas. So, und dann behalten wir noch einmal einen Naumszauber im Hinterkopf. Beziehungsweise in Reserve. Nein. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einfach kaum freistehende Soldaten. Anwesens fängt die Waffenschmied langsam an durch zu produzieren. Lila hat noch keinen einzigen Soldaten produziert. Das spricht irgendwie dafür, dass die nicht handlungsfähig sind. Ne, wird gerade bewusst Abwurst hat einfach Bits noch reingeschirrt. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich glaube, ich habe erst ein oder zweimal Bits, ich glaube, das könnte sogar das erste Mal sein. Ich glaube, ich habe höchstens das zweite Mal, dass ich Bits bekommen habe. Ne, das machen wir nicht. Lila ist uns erstmal egal. Aber Lila und Gelb sind so schön schwach. Also Lila könnte man versuchen, sich zu snacken. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, zu den Einheiten... Okay, du gehst da lang. Wenn man zu den Einheiten hinspringen könnte, die man... Die man, äh, gerade befehligt hat. Für Fleisch ist noch gesorgt. Da soll ich vielleicht doch eher Brot priorisieren. Jetzt wird er mal... Ist das gerade alles aufgelistet oder liegt das? Ja, wahrscheinlich. Wobei, es gibt ja dieses Ranking, ne? Twitch führt ja ein Ranking. Ich glaube, von Lila müssen wir nichts befürchten. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil dann haben wir schon mal von vornherein eine längere PT von 10 Minuten. Okay, Gelb zieht ein bisschen nach. Gelb ist aber auch ziemlich schwächlich. So, wenn die jetzt auch anlaufen, sollten wir eigentlich so datentechnisch keine Probleme haben. Sage ich wahrscheinlich jetzt und... Habe ich gerade gespeichert? Ich speichere nochmal. Sage ich wahrscheinlich jetzt und werde gleich überrannt. Ich bin jetzt und werde gleich überrannt. Du findest keine Bäume mehr, ja? Dann guck mal hier. Okay, wir haben auf jeden Fall keinen Mangel mehr an Siedlern. Vor allem jetzt nicht, wenn das Haus hier fertig wird. Dich benötigen wir nicht mehr. Dich benötigen. So, die Grillpresse ist auch schon fertig. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Barbeiter und Planierer mehr. Ach, wir können sogar ein bisschen ausrasten, was Barbeiter angeht. Weil wir von den Geschenken noch Sachen gekriegt haben. Wir brauchen schon wieder nur vier. Aber ja, wir haben jetzt... Wir sind erstmal versorgt. Ach, hallo? Jetzt bin ich auch mal gespannt. Den Engpass vollbauen macht vielleicht Sinn. Weil wir einfach dann ein bisschen die Truppenbewegung hier aufstückeln können. Aber hier sind... Okay, sie versuchen... Die Lager halten sie schön auf. Friedenstiften ist auch okay. Wir kriegen die Waffen direkt wieder. Okay, wir könnten den Aussichtssom jetzt verlieren. Jo, ist okay. Jetzt haben wir da verloren. Ach, das war das Lager fürs Eisen, ne? Wir wollten das Eisenlager haben, weil die Transportwege so lange sind. Dann müssen wir machen es da hin. Okay, wir haben jetzt langsam auch eine Nahrungsproduktion. Das heißt, das sollte jetzt eigentlich alles sich von selber reinregeln. Ich habe hier jetzt nichts gegen einen Goldüberschuss. Du findest keine Bäume mehr. Ah, und da kommt schon die nächste Truppe. Aber das liegt jetzt, glaube ich, einfach daran, dass ich den zurückerobert habe. Ja, der Siedlerstau hier mit den Lagern, das nimmt die total auseinander. So, das ist gut, also das. Und da haben wir das, glaube ich, auch immer noch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch noch nicht. Aber das geht. Der Beste ist, glaube ich. Das ist aber jetzt, glaube ich, auch immer noch etwas ganz gut. Und dann sieht's, irgendwie noch etwas, was ich laugend. Und dann sieht's, dass wir das. Und dann, das ist, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe das gemacht. Und dann, wenn wir uns nicht wiederholfen, nehme ich etwas... und dann da gerne und auf die Frage hinein. Ich glaube, dass wir es noch nicht mehr deshalb. Und dann hat das gemacht. Und dann ist sie zumindest, das ist das gut. Ich habe mich, auch lieber lieber auch auf die Frage. Und dann geht das Ganze 1964- Chase-cipesatzen. Mal verballern sie auch schön ihre Priester. Mal verballern sie auch schön ihre Priester. Mal verballern sie auch schön ihre Priester. Mal verballern sie noch voll. Mal verballern sie auch schön ihre Priester. 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 Da war mal noch im Tempel. Spannende Musik Das Problem ist, es bringt nur was, wenn die Tür noch nicht durchbrochen wurde. Nee, das ist nicht gut. Das müssen wir unterbinden. Ja, das ist nicht gut. Ah, doppelte Musik. Wie schön. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du findest keine Bäume mehr, genau, das war hier oben Und da ist grün, aber dieses Mal mit einem anderen Kurs Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, das ist nicht haltbar Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Ich grün abwehre Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Ich dürfe nicht zu viel auf einmal wollen, das war hier oben Die Frage, kommt jetzt der grüne Angriff überhaupt? Okay, jetzt hat... Nee. Ja doch, Gabe hat jetzt ein gutes Stück. Lila ist halt echt gar keine Bedrohung. Das ist wirklich gut zu wissen. Nee, stattdessen kommt jetzt blau nochmal. Aber mit... ...ner absolut lachhaften Streitmacht. Die Frage, kommt jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kriegen die Stahlminen auch Brot. Mensch, dich müsste ich mal wieder reaktivieren. Und dich auch. Hatte ich zwar vorhin eigentlich gemacht, aber danach habe ich wohl geladen. Aber zum Glück reicht es ja, wenn man mit Baustellen blockieren will ja schon aus, wenn sie planiert sind. Wir haben einfach so absurd viele Siedler. Okay. 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 Ich habe Bock. Okay. 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 Tschüss Priester. Das hat uns eine Eisenschmerze gekostet. Okay. 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 Ja, lasse mal schön da hoch. Das war's. Aber was haben jetzt die Goldschmerzen? Wieso kommen die Goldschmerzen nicht hinterher? Hä? Alle sechs Goldschmerzen laufen durch. Ach, das ist der Waffenboost, weil wir die Gegner konvertiert haben. Deshalb haben wir gerade so viele Waffen übrig. Gut, blau hat den Großteil seiner hochwertigen Soldaten inzwischen verbraten. Okay. Okay, und jetzt kommt auch noch Dings. Wie nett. Dings. Das war's. Ich muss Tombing streamen, wenn ich im Zug sitze. Kann ich ja nix für. Okay, nee, das ist gerade katastrophal. Aber ich fang nicht komplett von vorne an. So, wir fangen schon mal direkt an, hier ein bisschen zu grieven. Ich habe das hier schon mal ausgestellt. Gib zu, du hast das genau getimed. So, wir machen direkt die zusätzlichen Bäckereien, die wir vorhin festgestellt haben, die wir brauchen werden. Ah, sogar noch einmal alle getroffen, sehr schön. Du findest keine Bäume mehr, das ist okay. Du kannst weg. Du kannst da oben weiterarbeiten. Alles klar, er hat einfach gerade den Zauber für einen Gegner, äh, für einen Soldaten verschwendet. Siedler-KI, meine Herren. So, das Lager hier sollte man auch mal nutzen. Siedler-KI, meine Herren. Siedler-KI, meine Herren. So, ihr lauft durch. So, das hier könnte ein Fleischwolf abgeben, wenn die sich da schön übersammeln. So, pass auf. Ich mache aus ihm die 9 und dann mache ich aus denen hier die 1. So, ich mache aus ihm die 5 und dann mache ich die 5 und dann mache ich das 5 und dann mache ich das 5 und dann mache ich das 5. So, die Pios retten wir mal gerade. So, ich mache aus ihm die 5 und dann mache ich das nicht и dann mache ich das 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, können wir ein paar von ihr anziehen? Mh, ein Medic. Und wir haben wieder doppelte Musik. Hi Panda Jaguar, willkommen zum Stream. Und wir haben wieder doppelte Musik. Wenn wir die Musik haben, kommen sie in zwei Wellen. Ah, da kommt noch einer. Okay, die Waffenschmieden laufen langsam durch. Gold haben in Überschluss. Gold ist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, du kannst da hin. Und da kommt Grün. Okay, jetzt laufen sie nämlich nicht gezielt hier durch, sondern werden einzeln geaggot. Okay, tschüss, Priester. Aber der Vorteil ist, jetzt sind die Schwertkämpfer nämlich weitergezogen, haben sich abmetzeln lassen und jetzt stehen nur noch die Bogenschützen hier. Okay. 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 Das müssen wir nochmal verwässern. Und hier müssen wir die Soldaten wegziehen. Das war's nicht. Hier wäre es jetzt sehr hilfreich, wenn man mit SU noch in der Lage wäre, die Spielgeschwindigkeit während des Spiels anzupassen. Okay. 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 Wir brauchen beide Zauber. Aber ich muss in der Nähe bleiben mit dem Priester, aber auf Cannes gleichzeitig nicht verhindert, dass er angegriffen wird. Okay. 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 Wenn sie dann in den Dings reinballern ein... Wenn sie einen Blitz reinhaben, ist es auch egal. Ich habe das Gefühl, hier zu zaubern ist das Beste, was ich machen kann. Ich kann den Zauber halt nicht refreshen, bevor er abgelaufen ist. Ich kann ihn nur hier auf die Türme ausweiten. Aber er zwiebelt halt alle meine... Er haut halt einfach unbegrenzt viele Zauber rein und gut ist. Nein. Ich kann den Zauber auf die Türme ausweiten. Die Mission ist nicht so schwer. Das ist ja das Ding. Ich werde auf die Türme ausweiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will eigentlich nicht von vorne anfangen, aber ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Fehler gemacht, die sich jetzt einfach total bezahlt machen. Jetzt habe ich diesen Turm nicht gerettet. Egal, nicht so wichtig. So habe ich mich... Ich habe das Gefühl, ich muss eh neu laden. So, dass keine Wikinger kommen. Ja, also ich wusste ja nicht vorher, dass der Wikinger hier oben komplett lost ist. Mehr Rucksack-Katapultisten könnten helfen. Hm? Okay. Ich habe nicht gesehen, dass es mir direkt mein Salmin abgesagt wird zurückgefahren. Das wäre nicht gesund. Oh, jetzt hängen sie schön hier drin und meine Rucksack-Katapultisten können drauf ballern. Rucksack-Katapultisten wären OP unter bestimmten Umständen sehr. Das war kein wichtiger Termin, nur Krebs. Ey, das ist nicht deren scheiß Ernst, lass mich raten. Jetzt wollen die hier auch noch einen Turm hinsetzen. Und snaken sich hier einmal wahrscheinlich schön in meine Sachen rein. Aber was wurde hier gebaut? Was habe ich hier verloren? Denken wir auch cool hier hin. Ja. 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 Nichts. Solange in der Be boatslcimento sind. Ja. Hast du noch Platz für eine weitere Kaserne? Ich sehe nicht, dass das viel bringen würde. Hier auf jeden Fall nicht. Ich könnte hier drüben nochmal versuchen, eine hinzusetzen, aber ich glaube dafür sind die Laufwege zu lang. Jetzt haben wir auf einmal den Goldüberschuss. Wieso stehst du da vorne? Die Leute im Bus wollen alle wissen, wie du das Spiel, was du spielst, heißen. What? Hast du mich auf Lautsprecher oder was? Hast du schon mal mit deinem Dieb geschaut, was die Gegner so machen? Das bringt mir hier jetzt nicht so viel. Ich besorge dir gerade neue Fans. Komm, wir schnappen uns mal gerade ein paar. Wir nutzen aber mal die Gelegenheit, die uns die KI oben gegeben hat. Wir stellen zwei Diebe da oben hin. Wobei, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil, ähm... Wenn die Patrouillen dadurch schicken, sind genehm, die meine, meine Spur, ich sowieso hoffs. Ich hab doch gesagt, alle können mithören. Hast du das? Ja, stimmt. Ich seh's. Ich gucke deinen Stream gerade mit vier anderen Leuten. Hi Leute, in Creative Elements Bus. Mein Beileid. Was ist mit Sabus? Sabus bringt, also gegen KI Diebe oder Sabus einzusetzen ist halt RIP, weil die KI kann, kann Spezialisten halt spüren und sofort ausfindig machen. Also du kannst sie nicht für ihren, für ihren gedachten Zweck einsetzen. Du kannst dir halt höchstens, also gerade für Diebe, kannst du das halt ausnutzen, um Schwertkämpfer anzulocken. Hi, die Austria, willkommen zum Stream. Ich glaube, ich speichere nochmal, weil das läuft gerade halbwegs passabel. Ja, jetzt snaket er hier noch rein. Jetzt wird's lustig. Ich glaube, er kommt dann vielleicht bis hier. Ich glaube, die Goldschmerze könnte geschützt sein. Durch den Turm hier. Der Busfahrer hat gerade gedroht, uns rauszuwerfen. Bring mich bitte nicht in Verruf. Haben wir die KI fertig oder umgekehrt? Im Moment noch umgekehrt. Ich habe ein paar Fehler am Anfang hier gemacht. Also die KI hier oben ist komplett lost. Die macht gar nichts. Die macht nicht mal Soldaten. Jetzt nach über 100 Minuten. Aber vor allem grün macht mich hier im Moment Probleme, weil ich mich einfach nicht schnell genug erhole. Bzw. ich habe ja jetzt halt, wir müssen das Eisen von hier drüben ranziehen. Da hätte ich von Anfang an mit einem Lager arbeiten müssen. Und ich habe die Verteidigung hier positioniert, bis ich gemerkt habe, dass sonst gelb mir hier reinsiedelt. Ach ja, jetzt machen wir hier einen kombinierten Angriff. Ist, ist okay. Ist okay. Nee, ich muss die Mission, glaube ich, neu starten. Mir bleibt's nicht. Würdest du den Römer trägern, wenn du seinen Turm einnimmst? Ja, würdest. Na, hat's vielleicht funktioniert? Ich glaube, die meisten ihrer Schwertkämpfer sind schon tot. Aber jetzt kommt noch, jetzt kommt noch grün. Leute. Das könnt ihr nicht bringen. Wenn ich jetzt den Turm zurückerobere, dann, dann will grün mich haben, ne? someen. Ah. Ah. Super. Oh. Ah. 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 Okay, die Goldschmelze hat es nicht gerettet. Dann bauen wir sie eben hier neu. Wir kosten trojanische Goldschmelze ja nichts. Hier ist auswärts hier zu deiner Adresse gefahren. Bruh. So, wetten, ich trigger jetzt gar nicht grün, weil ich den Turm zurückerobere. Und darum komme ich nicht herum, weil die Soldaten das mehr oder weniger automatisch machen werden. Okay, zumindest ist die Burg wieder halbwegs auf Stärke, aber... Wen hat er jetzt bekehren wollen? Ne, ich glaube, ich muss nicht komplett neu starten. Ich habe einen Save gemacht, nachdem ich die Sachen angeholt habe. Aber ich habe einige Fehler gemacht, die muss ich ausbrügeln. Ich hoffe, ich bin genauer, wenn ich die Sachen sehr überlebt habe. Also kann ich nicht einfach hier sehen. Ich habe eine neue Geburt an den Turm und den Turm und den Turm. Aber dann muss ich auf den Turm und dem Turm? Ich habe einen kleinen Turm. Dann warum ich die Maschinen hier bin. Und dann schiebe ich euch an. Dann hast du mich eine solche granbe anfangen. Dann�분 den Turm. Dann mache ich gerne beş. Dann wird's auch ein wenig. Dann ist es so eine kleine Tier. Dann hast du mich nachfragen. Das war voll, wenn du auch nicht. Okay, anscheinend. Nehme ich den Turm nicht ein. Anscheinend laufen sie schön dran vorbei. Die V ist nicht anwesend, oder? Ne. Ah, ah. Stehe jetzt mit vielen neuen Fans vor der Tür. Du kannst uns doch nicht einfach hier verirren lassen. Wir haben, glaube ich, Plus gerade hier. Also, erfrieren wirst du nicht. Nimm mal diese Theatralik. Wir haben mehr Nahrung, als wir sinnvoll verwenden können. Ich glaube, ich hätte auch auf Rucksack-Katapultisten von Anfang an gehen müssen. Wir müssen uns doch hier nicht verdursten lassen. Hey, wir haben jetzt nicht Wüstentemperaturen, ja? Hydrieren. Das sollten wir vielleicht mal tun. So, direkt noch ein paar Waffen. So, direkt noch ein paar Waffen. Diesen Schluck Wasser bitte uns draußen geben. Ja, das hättest du früher sagen müssen. Ich kann auch keine Gedanken lesen. Oh, jetzt kommt eine grüne Patrouille und gleichzeitig blau. Ja, okay. RIP. Nein. Das hier ist nicht mehr zu gewinnen. Ja, das machen wir so. Pass auf. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, aber das ist okay. Wir machen viel früher mit dem Dings weiter, mit dem... Und so negative Einstellungen. Die auf der Karte von vorhin. Wir wissen ja jetzt, dass wir eine höhere Peacetime haben als gedacht. Das heißt, wir können das auch ein bisschen anders aufziehen. So. So, es gibt erstmal noch keinen Grund, auf Fleisch zu gehen. Aber wir brauchen viel früher die zusätzlichen Schwieden und Schmelzen. Was frag ich bei den Petrojanern an Kampfstärke? Siedler 4 steigerst du Kampfstärke durch Gebäude und Ziehobjekte. Gold einlagern funktioniert nicht. Hat NS4 noch nie funktioniert. Wir brauchen erstmal keine Kohle, wir brauchen erstmal nur Eisen hier drüben. Das kann sein, dass ich jetzt zu viel hier laufen habe. Aber bei euch verdiene ich es gleich E. Das heißt, ihr könnt mal hier oben weitermachen. Vielleicht kommt zwar noch deine Schmelzen. Du könntest probierte, die benutzen wir einen Inter可愛 заstärkten. Und dann fever ach, dass du sie luminos Homebrandest libraries am besten spätestens zu gehen. Nein, denn es gibt es nicht mehr, einfach mehr als Runker. Distanmer 4 steigerst du Kampfstärke. So, hallo Röner. Die Großenhäuser haben auch eine Feder. Ich fall da auch jedes Mal wieder drauf rein. Nur um dann wieder festzustellen, dass die mittleren doch besser gewesen wären. Baut schnell die Bucht zu Ende, sonst haben wir gleich hier direkt verloren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mühle benutze ich wieder als erstes. Ist fertig, ist klar. Das ging aber schnell dafür, dass du vorher noch vor meiner Tür standest. Bis zum nächsten Mal. Wir haben uns das Haus neben dir gekauft und eine Wege gegründet. So, so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein Geo ist noch übrig. Genau. Und den können wir mal hier hinschicken. Ich glaub. Das Ding mit Creative Element ist, dass er alles ernst meint, was er soll. Das war's. Oh, ihr führt jetzt Krieg gegen mich, wie fies. So, das sollte jetzt... Nahrungstechnisch erstmal genügen. Aber langsam müsst ihr mal ein Haus zu Ende bringen hier. Zweite Burg? Nee, eher nicht. Die Wohnung gehört mir nicht allein. Ich kann dir also nicht die Rechte daran einfach übergeben. Okay. 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 Also ich habe das auch fertig. Die Gegner sind alle in einem Team. Ey, die Kasernen Fallgeben bringt auch nichts, weil selbst wenn... Weil selbst die paar Soldaten, die ich gerade in Auftrag gegeben habe, sind noch nicht durch. Die Shayne dritte Topfakt ist mit dem Wie wäre es mit einem Friedensvertrag? Nenn deine Bedingungen. Den Tom brauche ich auf jeden Fall auch. Diese scheiß KI, die stelkt sich jetzt natürlich hier voll rein. Machst endlich mal die Töte mit dem kommunistischen Manifest, dafür werden wir nicht dein Haus enteignen. Nein. 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 Die KI-Truppen mit Turmkills, triggert das die auch? Nein, das würde sie nicht triggern. Bringt mir aber auf lange Sicht nichts, außer dass ich halt auf ihrem Gebiet kämpfe und sie einfach neue Soldaten hier hinschicken. Komm schon, ich brauche noch einen Stein hier drüben, dann kriegen wir den Turm noch wenigstens noch fertig. Ja, 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 da ist er. So, jetzt könnten wir auf einem guten Weg sein. Jo, jetzt haben wir es nämlich, jetzt gehen die nicht mehr weiter. Hier kriegen die keinen Turm hin. Ja, 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 ja. So, wir machen nochmal ein paar Planierer und Bauarbeiter. Das würde tatsächlich gehen. Das würde die KI auch nicht triggern. Das Problem ist nur, wir haben auf dieser Karte keinen Schwefel. Möchte mir jetzt mal anmerken, dass die meisten Sachen, die ich in der letzten Stunde so geschrieben habe, nicht ganz gestimmt haben. Ne, da bin ich nicht so von überzeugt. Das sagst du jetzt nur. Aber das meintest du total ernst. Guck mal, welche Teile wahr waren und welche nicht alle waren wahr. Ich habe die Türklingel gehört. Wusste ich gar nicht, dass es gar kein Nutzlosium gibt. Ja, das ist auf der Karte tatsächlich so. Ja, das ist auf der Karte. So, dann kommt mal rüber. So, wir haben jetzt hier einen Häuserkampf. Was unsere Rucksackkatapultisten besonders freuen dürfte. Okay, die sind irgendwie außen rumgelaufen. Also, ich nehme die Kartein. Ich nehme die Kartein. So, dann her Versein. So, dann mache ich die Kartein. So, ich bin mal gespannt, wann die KI anfängt, für ihre Patrouillen hier durchzulaufen. Och, ich habe gar kein Dazaret gebaut. Der Königreich für Nussosium. So, die Nussosiummine setzen wir mal schön hier hin. Haben wir noch Spitzhacken? Nein. Tatsächlich wäre das in so einer Situation, wo es vielleicht sogar nützlich wäre, wenn der Umwandlungszauber in beide Richtungen funktionieren würde. Na, Axt. Wir haben nicht genug Fisch. Was soll denn das? Oder was? Warte, wo es nur dazu gibt und sonst nichts. So, mal gucken, kriegen wir grün jetzt abgewehrt? Und gleichzeitig haben wir noch eine gelbe Patrouille dabei, wie nett. Warte, ich habe gerade frisch gespeichert. Eine Zlosium-Mina ist noch dran. Irgendwas wichtiges in Auftrag gegeben. Wir haben einen Ringstein. Deine andere Teile, die der Wohnung gehören, jetzt mir vergiss es. Das ist eine Zlosium-Mina. Ja, das könnte funktionieren. Das ist eine Zlosium-Mina. Jetzt habe ich verlorene Goldschmelze. Das Zlosium-Mina hat einfach gar nichts gebracht. Das ist eine Zlosium-Mina. Das Problem ist, wenn wir jetzt den Turm zurückerobern, dann ist grün wieder getriggert. Das ist eine Zlosium-Mina. Das ist eine Zlosium-Mina. Oh, kann die so doppelt zur Musik mal langsam aufhören? Oh, kann die so doppelt? Oh, kann die so doppelt? Das frustrierende für mich ist jetzt wirklich, dass die Map eigentlich total easy ist. Zumal es total easy sein müsste, aber ich habe jetzt halt wirklich so Probleme auf mich geladen hier, weil ich den Anfang so falsch gespielt habe. Ich sehe jemand gerade den Blitz sauber gecastet. Okay. 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 Also dafür, dass die Waffenschmiden durchlaufen, habe ich nicht das Gefühl, dass sich meine Armee schnell genug erholt. Okay. 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 都cast jag honoring' Tick 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 Moment. Ich starte einmal das Spiel sauber neu. Boah, das wird fies für den Watt. Oder zumindest für den Wattkanal. Das guckt sich doch kein Mensch an, wenn ich zwei Stunden erstmal rumfeiode. So, jetzt müssen wir erstmal alle Dateien reinladen. So, jetzt müssen wir erstmal alle Dateien reinladen. So, jetzt werden wir hier, hier. So, jetzt werden wir keine zweiten Steinmetzer, bin ich mir ziemlich sicher. Die Startsteine waren schon so ausreichend, dass die eigentlich immer zu viel hatten. Das ist eine Addon-Karte. Okay. 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 Vielleicht macht es auch Sinn, die Schwerindustrie hier zu machen und hier drüben dann Tridon zu bauen. Okay. 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 So, ich bin der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben zu wenig Planierer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für Ultra-Kill muss ich vielleicht mal eine Ausnahme machen. Wir haben 10 Savos. Dann kommt das fast genau hin mit den Minen, die wir vorhaben. ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, kriegen wir es hin, dass das komplett alles trifft? Ja, nice! So, Brot ist besorgt und so, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung ein bisschen vor. So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung ein bisschen vor. So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung ein bisschen vor. So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung ein bisschen vor. Okay, direkt erstmal zwei Bögen priorisieren, bitte. So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung. So, dann planen wir nämlich schon mal die Siedlung ein bisschen vor. So, du kommst hier rüber. Das ist so nervig, dass die Jäger eine geringere Priorität haben für Bögen als die Kasernen. Vielleicht auf der werden wir uns selber ein S4 Bild machen, wenn du möchtest, brauchst dazu nicht meine Erlaubnis. Das ist so nervig, dass die Jäger eine geringere Priorität ist. So, das machen wir einfach mal so zum Mindestnahes an Mana Gewinnung. So, nimm mal bitte die Waffenschmiede da weg. Ich mache einfach eine riesige Translage über die ganze Leinwand. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist so nervig. So, das ist so nervig. Ah, hier passt sehr gut. Ah, hier passt sehr gut. Spitzhacke, was wird denn hier noch alles produziert? Spitzhacke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Stein haben wir im Moment, aber Holz ist ein Problem. Die vier neuen Fans haben leider nie existiert. Also, das erschüttert mich jetzt in mein Innerstes. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Wahrheit klarkomme. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Wahrheit klarkomme. Die Waffenspiele sollte vielleicht mal weiterlaufen. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, ob ich mit dieser Wahrheit klarkomme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann machen wir die hier gerade auf links Untertitelung des ZDF, 2020 So, die planen wir mal ein 52 Minuten auf der Uhr So, die planen wir mal ein bisschen So, die setzen wir nochmal um So, die planen wir mal ein bisschen So, der Stein ist damit abgebaut Das ist aber auch, das Drachenei muss man einfach haben Ich habe leider die Tage festgestellt, also heute geht es wieder, aber der Minecraft Launcher ist ja echt nicht zuverlässig, wenn es darum geht Also an manchen Tagen kannst du den Launcher einfach nicht updaten und du kommst nicht drum rum Und ich finde auch einfach keine Lösung, also da hat auch irgendwie scheinbar niemand eine richtige Lösung für, also außer diesen ganzen Standardsachen von wegen Java updaten und so, aber das ist es dann meistens aber auch nicht Ich habe keine Siedler über, das ist ein bisschen ungünstig Ich habe keine Siedler über, das ist aber einfach Untertitelung des ZDF, 2020 So, baut man hier schön alles zu. Hier müssen wir es vielleicht auch machen. Ich hab's vor den Augen aller in Lava. War brandbar, du Sadist. Das ist so böse. Da stehen irgendwo Siedler rum. Dass man mal mit der Soldatenproduktion beginnen könnte. Spitzsacken fehlen, das ist nicht so das Problem. Holzsweller. Der kann mal hier ein bisschen sauber machen. Okay, wir sind langsam an dem Punkt, wo wir genug Siedler haben. Rotproduktion steht. Was für ein Glitch hast du da bitte ausgenutzt? Okay, wir können jetzt langsam mit euch beginnen. okay? Okay. 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 Hey Fetty, willkommen zum Stream. So, ich würde sagen, mit dem Mana, das wir haben, boosten wir jetzt mal ein bisschen, oder? Weil ich glaube, auf der Linie irgendwie mit dem Zauber arbeiten zu wollen. Jetzt will ich mich nicht auf die Rucksackhörte. Doch, ich habe 20% eingestellt. Wollen beim Run waren es nur 10. Ich habe eine Zerstörungstheorie ausgebrochen, wo ich eine Person hatte, ich hätte das Ei gar nicht zerstört, aber ich kann erklären, wie ich das gefakt haben könnte. Okay. So, wir werden nie wieder Spitzhacken oder Hämmer brauchen, würde ich mal sagen. Gasbräuter an Schwertern war dafür ein bisschen enttäuschend. Okay. 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 Ist gut, ich kann sich das alles erklären oder zeigen, wenn ich es aufgenommen habe. Aber der Glitch ist geheim. Verstehe. Kannst du dich auch auf dem Server mitspielen? Äh, Server sind tatsächlich nicht so meins. Ich baue da nicht wirklich eine Bindung zu der Welt auf. Das habe ich tatsächlich nur durch den Hardcore Modus wiedergefunden. Okay. 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 So, wir gehen nochmal ein bisschen auf Gold. Ich weiß, dass hier nichts mehr hinpasst. Ich weiß, dass hier nichts mehr hinpasst. Ähm, so. Wieso hat denn jetzt der Wikinger auf einmal was gemacht? Der hat vorhin das ganze Spiel über keinen einzigen Soldaten produziert. Aber der will nicht... Will der zu mir? Ist der verfeindet mit Blau? Zum Beispiel vorbestellt. Nein. Das ist so weird mit Siedler. Das ist so weird. Warum habt ihr denn jetzt... Diesmal hat er Soldaten produziert. Und ich habe mich schon schön darauf verlassen, dass der nichts macht. So. So. Und der wird wahrscheinlich ein Magie spammen. Das heißt, wir müssen den auf jeden Fall vorher abwehren. Aber es sind nicht so viele, habe ich das Gefühl. Auf die Distanz löst sich der Truppenzusammenhalt auch schnell auf. Okay, aber jetzt spammt er wenigstens seine Cloud Control Sauber. Okay. So. Okay. Okay. So, jetzt können wir mal die zweite Kaserne bauen. Da hätte man mich auch ruhig mal dran erinnern können. So, dann interessiert rauszuführen, wie ich den ganzen Server verarscht habe. Das weiß ich noch nicht. Moment, bin ich gerade... Muss ich mich gerade wirklich konzentrieren? So, tschüss Holzfäller. Die Objekte. Die Feuerschale bei den großen Türmen. Ja, passt das. Wobei, da würde auch ein Triumphbogen gut hinpassen, oder? Passt ja. Jo, dann machen wir hier die Feuerschale hin. Ja. Du bist ein Triumphbogen. Ja. Du bist ein Triumphbogen. Schöpfchen. Du bist ein Triumphbogen. Dann probierst du auch hier in die Opa. Allesin ist mir ganz wichtig. Du bist ein Triumphbogen. Du bist ein Triumphbogen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier sind ein paar Vielleicht können wir aber die für unseren Vorteil nutzen Ich finde es halt schade, dass die Träger, die hierbei entstehen nicht auch automatisch zu mir gehören ich Dichterung des ZDF, 2020 So, wir brauchen aber definitiv auch noch eine fünfte Waffenschmiede. Was mache ich denn? Als ob ich hier wieder Spitzhacken brauche nach meiner Geschenkaktion. Was ich mal investieren könnte, wäre noch ein paar Sonnenblumenfarmen. Aber die Map ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. So, jetzt geht's los. Aber sie laufen jetzt hier schön auch durch meine Siedler und Häuser durch. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Und ich habe einen Schmieden Tief. So, jetzt gehen wir dann gleich. So, jetzt geht's die Kabine. So, jetzt geht's die Kabine. So, jetzt geht's das Kabine. Noch in einem Lazarett irgendwo, vielleicht hier oder hier. Noch in einem Lazarett. So, aber 5 Waffenschonine werden ja wohl was reißen hier. Wow, ein einziger römischer Soldat, ist klar. Hallo Wikinger, wollt ihr mir wieder ein paar Schwerter liefern? Hier so eine Soldat, wollt ihr bestimmt verhalten und bringst ihn einfach um, dann hätte er eine weiße Fahne schlenken müssen. Na komm, der kann ruhig sein. Dann geht er halt drauf. Da kommt ja noch mehr Grün und noch mehr Blau, aber Blau mach ich mir nicht so große Sorgen rum. Na gut, der erste Angriff ist normalerweise auch der härteste. Beziehungsweise auch der mit den hochwertigen Soldaten und das was die KI dann nachproduziert, ist halt meistens dann doch eher wie Level 1 und 2 dabei. Wenn wir uns dann nötig One Piece zu gucken, meinst du One Piece ist besser als seine Streams? Ähm, ich mach mich wahrscheinlich unbeliebt, wenn ich das sage. Aber ich kann mit One Piece nicht so viel anfangen. Ich krieg's ein bisschen über meinen Freunden mit. Aber ich find irgendwie die Anime ist aus der Zeit irgendwie zum Teil echt sehr anstrengend. Und ich hab jetzt nochmal die Originalserie eingeschoben, wo ich auch sehr wenig von gesehen habe. Und ja, du merkst halt, es ist zum Teil doch gut gealtert, aber du merkst auch wirklich, es ist 60er. Und so fortschrittlich die Serie damals auch wahr, denkst du über manchen Sachen so, äh, okay. Ruyana Lazaret ist irgendwie immer noch total weird, aber ich hab noch nicht raus, warum. Weil der Bug damit ist ja gefixt in der History Edition. Das ist ja tatsächlich mal eine der paar Sachen, die sie gemacht haben. So, schließt mal da die Lücke. Ich lass auch mal ein paar Schaufeln herstellen, einfach. Dass wir mal später eine große Repio-Truppe da hochschicken können. Also, das ist zumindest für die Lücke. So, pass auf. Ich mach mal kurz ne Werbe-Pinkelpause. Wir sehen uns gleich. So, noch 8 Sekunden. Ich glaube, das war gar keine Musik jetzt im Stream, weil ich nicht wieder ins Siedlerfenster reingetappt hatte. Da muss ich vielleicht mal dann im Wort bisschen schneiden. So, 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 okay. Ihr habt verbunden, das ist okay. Komm, mach doch ruhig noch ein bisschen breiter. Okay, wir sind langsam an einem Punkt, wo uns die Kai nicht mehr wirklich was anhaben kann. Wenn wir gleich noch die NZ-Bohni ausruhen kriegen. Wir brauchen wieder mehr Goldschmelzen. Aber ich sehe gerade keinen Ort, wo wir sie reinpacken können. Ich denke langsam können wir auch mal uns mit Fleisch befassen. Sonst bricht uns gleich unser Dings zusammen. Unser Eisen. Okay. Okay. Okay, Lila ist jetzt, ich würde sagen, Lila ist doch die kleinste Bedrohung. Okay, Lila ist jetzt, ich würde sagen, Lila ist doch die kleinste Bedrohung. Na komm, lass mich doch mal irgendwo die Sachen platzieren. Ich hätte es nicht gedacht, aber tatsächlich finde ich Bauplatz hier im Moment uncool. Das finde ich zu wenig. Sonst hier haben wir gegen vier KIs zur Wehr setzen. Ah, jetzt passt hier gar kein Torbogen mehr hin. Schade, aber hier passt einer hin. Und da geht er auch eigentlich nicht kaputt. Ah, jetzt kommt ihr schon wieder. Und ihr. Und da geht's doch. Und da geht's doch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, blau wäre ja wirklich eigentlich mein erstes Ziel. Vielleicht sollten wir das wirklich früh angehen. Ich würde halt gerne vorher noch meine Goldproduktion ein bisschen stabilisieren. So, blau wäre ja wirklich mein erstes Ziel. Und da 20, 110 Prozent, das ist gar nicht mal übel. So, blau wäre ja wirklich mein erstes Ziel. Du findest keine Bäume mehr, das ist soweit in Ordnung. Aber diesmal ist auch Gelb gar nicht so weit expandiert, also Gelb müsste ja eigentlich schon, wenn es so gelaufen wäre wie in der letzten Runde, müsste Gelb ja schon längst an uns grenzen, aber hier haben sie sich irgendwie komplett anders verhalten. Das ist ein Zeichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich zu wenig Schwertkämpfe, habe ich das Gefühl Okay, das ist nicht schlimm Okay, jetzt setzt die KI den ZDF auch ein Jetzt haben die sich zum Gegner gebaut Das ist sehr weird alles Ich meine, ich kann theoretisch mit dem Orakels aber auch nachgucken, aber... Vielen Dank! So, jetzt müsste er sich aber auch langsam mal die erhöhte Kampfkraft bemerkbar machen. Ja, grün ist keine Bedrohung mehr, würde ich mal behaupten. Blau nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ob es lila je war. Ich mache mir nur ein Gelb, so, weil Gelb hat recht viele Soldaten. Wobei meine Soldaten trotzdem stärker sein sollten. So, wir bauen mal kurz da wieder auf. Und dann probieren wir das mal mit dem, dass wir dann, sagen wir mal, anfangen uns blau zu snacken. Wo sind jetzt meine Schwertkämpfer hin? Drei komplette Sets und ich habe nur 116% KK. Ja, ändert nichts an der Sache, wir brauchen mehr Platz für das alles. Aber hier oben sollte der Assessor eigentlich total hinhauen. Aber blau ist einfach ein ideales erstes Ziel, weil wir haben, da müssen wir kein zusätzliches Gebiet verteidigen. Wir beginnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das gehen wir los 48 Mal sehen, ob ich daran denke Ne, schmelzen bei blau wäre wohl fatal Am Anfang für uns, ja Wobei, wenn man es dünn genug machen würde Wenn man irgendwie so eine kleine Linie reinschmelzen könnte Würde die KI wahrscheinlich versuchen, da durchzulaufen Okay, wir haben 139% Das muss genügen Ah, was macht ihr denn? Hallo Bleibt ihr wohl bitte hier? Okay, wir haben hier Okay, wir haben hier Okay, wir haben hier Das Ding ist, ich will diese Türme so ungern aufgeben. Ich würde die schon gerne selber nutzen. Ich hoffe dir gefallen, dass Lila hier später lang will, das ist eigentlich die einzige Bedrohung. Wo sind die, hier seid ihr. Kommt, ihr macht mal hier ein bisschen frei. Okay, da ist Lila. Lila wäre mein nächstes Ziel. Okay, Grün erholt sich, Gelb rastet noch weiter aus, aber wir haben zwischen auch so viele Soldaten. Okay. 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 Hier liegen einfach so viele Rohstoffe rum, die KI nutzt die nicht. Okay. 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 So, ihr kommt mal hier rüber, ich will dieses ganze, ich will hier keine Flecken haben und so. Ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal ein extra Warenlager und da wir nichts akut bauen müssen im Moment, machen die mal alle Pause, ach ich hab, ich hab ein Tempel zu wenig gebaut, ich hätte mal langsam einen zweiten kleinen Tempel bauen können. Für mich hatte ich 4-2-1 im Kopf, aber es ist ja 4-2-2, man merkt, ich bin eingerostet. Ich habe 4-2, man merkt, ich bin eingerostet. Ich habe 4-2, man merkt, ich bin eingerostet. Da brauchen wir nochmal ein paar Schwertkämpfer. Aber wir haben jetzt einfach so viel erbeutet, dass das auch okay ist. Naja, genau jetzt eine Zeitreise zu machen, was würdest du tun? Ähm, gute Frage. Vorunter der Voraussetzung, dass ich wieder zurück kann, würde ich vermutlich einen Sprung in die Zukunft wagen. Wobei die Frage ist natürlich, wie weit in die Zukunft? Ah, Moment, weil die Bios hier sind, versuchen jetzt die grünen Soldaten hier durchzukommen. Na gut, lassen wir sie doch. Bis dah, achas sie doch. Oh, was ist denn hier passiert? Hat sich doch gerade, hat sich die Grenze verschoben? Was ist denn hier passiert? So, wo sind die Schwertkämpfer hier in der Truppe? Hier. Hier geht mal da lang. Die Rucksackkatapultisten und die Bogenschützen können wieder zurück, weil wir müssen hier glaube ich keine Türme mehr. Wobei ein paar vielleicht schon noch, aber ich möchte eigentlich nur die großen Türme besetzt haben. Wenn du einem ich vor 10 Jahren einen Tipp geben könntest, was wäre es? Schwierig. Weil vor 10 Jahren, da ging ich so gerade auf die 16 zu. Das Ding ist, mir wäre halt die Gefahr sehr hoch, dass ich durch eine Änderung nicht mehr auf meinen jetzigen Verlobten treffe. Und selbst wenn ich eben da irgendwie einen Tipp gebe, könnte es die Umstände verändern, unter denen wir uns dann am Ende getroffen haben. Das Ding ist das Ding. Dann gehen wir kurz vor. Pero ich bitte so gerade, ich bin ein interess locations. Wie kommt das Ding? Ich würde lieber dem, Hintergrund. Da ist es so juste viele Männer Prince. Aber, ich glaube meistens an Autorzereitungen. Ich könnte es nicht einfach über dieses Autorzereit까요? Aber, ich rede treffe mir. Das Ding ist ganz w castle. Das Ding54 hat mich über das Ding. Le DumAY muss ihr primary in unseren Üben heißt uns sehr, conferenceını schließen. Die Unstono um als Untertitel Austria zu hören kann. Das Ding mit bị nicht, kommt nach unten hin. Das Ding. Mit einem screw. Okay, ja, wir sind jetzt definitiv der stärkste Spieler auf der Karte. Wenn wir Glück haben, müssen wir sowieso nicht mal hier Nahrungsproduktion bauen, weil hier wahrscheinlich noch so viel Nahrung rumliegen wird. Das hier sieht halt überhaupt nicht nach. Wann denkst du, bei Grün anzuklopfen? Ähm, ich bin doch nicht mehr bei Blau fertig. Ich würde mich dann vielleicht anfangen, in Grün und Gelb zu wagen. Und hier eine Armee aufbauen lassen, im Parallel die dann sich um Lila kümmert. Ich will unbedingt noch mehr Pios, das ist mir immer noch viel zu langsam. Das ist ja auch noch so eine Änderung, die für Uwe im Raum steht, ob man Pios nicht ein bisschen mehr an ihre S3-Gegenstücke angleicht. Wo sie ja deutlich schneller waren. Und auch dazu noch kostenlos, aber das fände ich ein bisschen bastelt. Das ist ja auch noch mal. Das ist ja auch noch mal. Das ist ja auch noch mal. Also amте ich sogni, auch noch mal. Das ist ja auch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht die KI eigentlich? Sieh, das sind halt die besseren Menschen, was das Einheiten von Grundsätzen betrifft. Jo, steht ihm aber auch ein bisschen im Weg. So, von wegen, wir laufen mal nicht vor dem dunklen Schamanen weg. Wo sind noch hier? Ja, Leute, ihr solltet euch nicht da hinstellen und nicht abschießen lassen. Oh, juhu, ein Bot. Das ist natürlich, das ist ganz nett so egal wie Menschenrechte der AfD. True. Ach ja, übrigens, create, dein Mikrowelle sollte langsam mal durch sein. Torbogen als Siegesbogen im ehemaligen blauen Gebiet. Gut, wir müssen sowieso einiges an Sachen hier bauen. Aber hier passt er vielleicht ganz gut hin zu den restlichen Säulen. Ich denke mal, mit dem fünften Set sind wir dann noch endlich bei maximaler Kampfkraft. Und dann geht's mal, mit dem fünften Set sind wir dann noch ein paar Jahre alt. Einfach, für einen Spiel haben wir jetzt ewig hier Türme gesucht. Wir müssen einfach alle, einfach alle besiegen. Also hier ist es, finde ich, auch gereicht zu sagen, blau besiegen, weil blau die alten Kartaga sind oder so. Ich wollte schon sagen, hat blau etwa kein Gold. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ihr geht mal da runter Kann blau jetzt mal langsam besiegt sein Das wäre sehr nett So, ihr geht mal da runter Okay, wir haben Sieglamangel Ich werde mir jetzt im ehemaligen blauen Gebiet bis ins Duosium Das wäre schon irgendwie cool Kriegsschiffe wären dann auch cool Dass man hier ein bisschen die Gegend unsicher machen könnte Hier wird das sogar gehen Aber ich rechne leider nicht damit Da ist Gold So, ihr geht mal da runter So, ihr geht mal da runter So, ihr geht mal da runter Sein Essen fertig gewesen Nicht ganz durch Ja, okay Peace muss, dass wir hier jetzt kein Dings bauen können. Kein Lager. Von Grün oder Gelb vorbei. Ja, es reicht, wenn sie sich einfach nur nähern. Sie müssen keine Angriffsabsicht haben. Okay, blaues Black. So, ganz ehrlich. Sollen wir es wagen unserer Kampfkraft, wenn sie gleich voll ist, direkt Gelb und Grün zusammen anzugreifen und praktisch dann hier oben erstmal hoffen, dass in der Zwischenzeit eine Armee entsteht, mit der wir Lieder dann angreifen können oder sollen wir erst Lieder machen? Ich habe halt zwei unterschiedliche Chemiequellen unter einen Topf gemischt und das verkompliziert die Sache ein wenig. Okay. Die sind eigentlich bei jedem vorg-, äh, nicht gleich bei jedem vorgleich oder gibt es unterschiedliche? Ne, die ist bei jedem vorgleich. Ich weiß nicht, ob das in Siedler 3 anders war, aber in S4 ist die immer gleich. Ich weiß nicht, ob das in S4 ist, ob das in S4 ist. Aber ich weiß nicht, ob das in S4 ist. Ich weiß nicht, ob das in S4 ist. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Stimmt, ich glaube die Römer. Ja, die Römer haben eine Glocke, genau. Bei den Wikingern und Maya, es kann sein, dass die einen der beiden Sounds auch verwenden. Weil bei ihnen sieht man nicht, was drin ist. Dein kleiner Bruder zwingt dich. Du musst deine Dominanz als großer Bruder zeigen. Das geht doch nicht. Das sind so viele Häuser und ich kriege keins davon fertig. Ich habe doch keine Chance gegen den, bitte. Was machst du mit deinem Life? Boah, jetzt zieht sich dieser Stream ewig lang, als ich glaube. Ich meine, ich werde mit Timestamps arbeiten, aber fünf Stunden wird das bestimmt, weil wir sind jetzt schon bei 3,43. Ich meine, ein bisschen zieht sich ab wegen dem, äh, wegen der Pause und wegen dem Starting Screen. Aber ich denke mal, eine Stunde brauchen wir schon noch, um die KIs zu jagen. Einfach, weil wir dann noch wo ist Walter mit den ganzen Türmen spielen dürfen. Und es stehen einfach keine Träger zur Verfügung. Eine Sense fehlt uns auch noch. Dafür haben wir Angeln wie blöd. So, wo ist mein Schwerti? Du holst dir mal den Turm. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt bitte mal das Haus zu Ende bauen. Ich kriege das ganze Zeug nicht transportiert. Jetzt wirst du grad dafür bestraft, dass du nicht mit einem Werkzeug für alle arbeitest. Eine Sense anfertigen. Ich habe zu viele Werkzeuge jetzt nach drei Stunden, wo ich einen Gegner besiegt habe. Wie ist das mit Rucksack-Katapultisten aus? Hast du jetzt noch vor, noch mehr zu nehmen? Jetzt brauche ich die eigentlich echt nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich, glaube ich, genug von denen. Hallo, lass mich doch mal bitte den Rucksack-Katapultisten an... Hä? Ich kriege die ganze Zeit auf den Rucksack-Katapultisten. Wieso kann ich die nicht wählen? Hier. 83 ist nicht so viel. Aber okay, reicht. Wir benötigen erstmal nicht mehr. Was wir benötigen werden, sind... Wobei 8%, komm, ist mir jetzt auch egal. Wenn wir den Rucksack-Katapultisten ankommen. absolut nichts ist hier los das wird langsam mal zeit ein bisschen f12 weil es essen fertig wollen wir sehen ob ich daran sterbe bitte nicht wir keinen krankenwagen zu dir schicken müssen vor allem kenne ich deine adresse nicht ich wohne doch neben dem domenstpatient ach stimmt ja ich habe den ich habe tatsächlich die ich will die schon ewig gesehen haben aber wir schon ewig gesehen haben aber diese mine fördert nicht wer könnte daran liegen dass sie voll ist 669 soldaten hat mich einfach gelb schon wieder überholt einfach mehr siedler so während das läuft komm hat wieder mana aber sie haben auch fast nur l1 also ihre zahlenmäßige überlegenheit wird wird ihnen nicht mal was bringen wenn ich nicht so viel kampfkraft hätte aber es kostet mich natürlich jetzt sehr viele schwertkämpfer ich glaube ich erstmal hat durch und macht deren ganze armee weg wenn ich das reißen hat in die unterwelt als ob da was gratis geben würde das alles was ich mit meiner eigenen kreativität nicht so funktioniert wie es gedacht war es gibt immer irgendwelche unerwarteten folgen da ich jetzt mit essen in der mikrowelle experimentiert habe muss ich mir Sorgen machen oh okay das klingt als gäbe es da lustige geschichten irgendwie ist das meistens so dass die gegen kampf ja weil die schärte sind natürlich nach vorne rennen und den ganzen schaden aufsaugen sagen dass schwerties gibt wer die bogenschützen halt erstmal ignoriert und können ihr ding machen deshalb muss man eigentlich nochmal schwerties nachziehen die dann die ganzen türme aufräumen jetzt haben wir uns hier zu umringen aber das ist nicht konzentriert genug was die hier machen jetzt haben sie halt die türme zurückgeobert aber ganz ehrlich die verteidigung mit 125 kk kommen sie immer noch nicht durch allein schon wegen der eigenen kampfmusik ist es hier besser als das drei ja das ist tatsächlich so eine sache da bin ich tatsächlich auch ganz froh drum dass wenn die s3 musik ist auch von heiko rothmann von daher ist die auch schön aber das ist jetzt das was sie dafür wirklich hatte dass sich die musik halt auch an die situation ein bisschen anpasst wobei das mit der sehmusik langsam in der nicht gemacht das hielt ja dann nur als siedelmusik her weil das nicht richtig funktioniert hat aber allein schon der stimmungswechsel dann im kampf ist es halt nicht schon irgendwie wert okay wir drei machen mal hier schönen nosedive von den soldaten zahlen ja die trojan haben auch einfach echt schöne musik aber ich habe das gefühl die wollen alle nicht mehr produzieren ob ich immer noch nicht genug siedler habe das wird langsam echt ein bisschen lächerlich auf der see gibt es die meisten missionen ja nicht viel zu tun ja gut es gab schon ein paar missionen die das gemacht haben ich finde das ist auch nicht unbedingt nötig wenn die musik allgemein einfach gute stimmung rüberbringt age of empires hat das nicht die drei kamen ohne aussieht da zwei auch inzwischen gibt es ja ziemlich komplexe systeme die da wirklich teilweise die musik noch live remixen oder so dafür funktionieren die musik ist wie auch absolut nicht stimmt ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht warum es nötig war für s4 eine neue engine zu machen wenn man am ende doch alles fast alles wie ein s3 macht und alles was man anders macht dann wieder ein opfer woanders erfordert aber ich glaube jetzt langsam löst es sich weil die ganzen siedler die jetzt hier rauskommen hier ist einiges los aber langsam bleiben sie stehen hammer fehlt hammer fehlt ich würde schon fast sagen das war's mit dem römischen reich ja so ein bisschen von wir kämpfen hat die ganze zeit maximaler kampfkraft werden unsere gegner als recht hundert prozent kämpfen das problem ist wenn man einmal so eine große siedlung hat ich meine selbst mit dem transport limit plus so ist das einfach schlimm hier gerade das meiste von dem gold scheint auch irgendwie in der aber den goldschmerzen noch zu liegen so 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 ich glaube so langsam brauchen wir mal mehr bauarbeiter ich glaube schon fertig wird aber das ist eine doofe idee von dir ähm ich habe sie nicht ne ich kriege die auch hier gar nicht hin so okay aber jetzt langsam kommen auch hier die gleich raus so 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 ja das ist das ist so stimmt so so ich habe das noch gar nicht so schlecht ausgeschaltet Moment also der einzige wo ich das sehen kann ist bei dem maya musikberg aber ok jetzt langsam kommt unsere soldatenproduktion wieder ins rollen Das war's. Ich bin der Meinung, dass kleine Türme nicht zur Siegbedingung wählen sollten. Wenn die KI versteckt, die Türme wenigstens nicht bewusst, aber das ist auch alles. Wir haben jetzt einfach über 900 freie Siedler. Ich erwarte jetzt, dass langsam mal hier ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich bin der Meinung, dass die Türme nicht zur Siegbedingung ist. Ich bin der Meinung, dass die Türme nicht zur Siegbedingung ist. Irgendwie Zufallswiedergabe von einem neuen Track aus der Liste. Oder halt irgendwie vielleicht, dass es sich merkt, welche Musik es vorher war und dann wieder reinfadet. Jetzt ist hier irgendwo die Kaserne, die wir vielleicht blockieren können. Nein. Ich liebe es, wenn die KI einfach irgendwo random große Türme hat, die nicht besetzt sind. Okay, jetzt kommt hier jemand einfach mit Latein. Ich bin der Meinung, dass wir nicht die Voraussetzung sein sollten. Und ja, das sieht man ja. Die KI baut halt überall keine Türme, wo sie kann. Okay, aber selbst Grün ist jetzt nicht mehr in der Lage, noch irgendwas entgegenzusetzen. Die Soldaten sind alle in Türmen. Ist das Lager? Nein, natürlich noch nicht. Ich finde es schade, dass man nicht im Voraus einstellen kann, was ins Lager rein soll. Man spielt auf Kato Mai und sein Kataro-Spruch. Uff. Da bin ich raus. Okay. Das hier sind so Situationen, wo halt wirklich eigentlich die Balliste gefragt sein sollte. Okay. Jetzt wäre die KI immer wieder mehr K als I. Das ist sie doch immer. Das ist sie doch immer. Oh ja, stimmt. Jetzt sind wir hier komplett auf Schwertis gegangen. Hier ist einer Modell, die mal gegen Chat-GPT spielt. Ich habe tatsächlich, ich will mal testen, wie gut Chat-GPT-Siedler spielen können. Oh, meine Pios sind fast alle tot. Hast du gesagt? Ja, ich will Chat-GPT mal Siedler spielen lassen. Ah, Asterix und Oryx. Der schlechteste Grund, den man haben kann, um Latein in der Schule zu wählen. Oder der beste, keine Ahnung, aber in meinem Fall war es kein guter Grund. Und hier ist es ein guter Grund. Ich habe nicht das Gefühl, dass daran viel smart sein wird. Ja, das wirst du dann sehen. Ja, das wirst du dann sehen. Ja, das ist jetzt eh die echte Videospielgeschichte, in der man gerne echte KI spielt, mit der man auch noch im Chat schreiben kann. Nein. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde so gerne mit Ballisten hier arbeiten, wenn sie was könnten Ich würde so gerne mit Ballisten hier ein wissen. Das ist auch so ein Moment, wo ich mir jetzt gerade echt auch die unbegrenzte Kampfkraftskalierung von S3 ein bisschen zurück wünsche. Bis zum nächsten Mal. Hi, willkommen zum Stream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, jetzt wird das aber echt nur noch Turmsuche hier. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube grün ist nicht grün, doch. Grün ist hier drüben. Hier ist noch so ein Übergang zu gelb. Jetzt dürfte es auch gleich gewesen sein. Dann haben wir nur noch Lina vor uns. Der Siegbus greifbar. Aber naja, naja, ein Gegner bleibt ja danach noch. Nein, der hat uns nichts mehr entgegenzusetzen, aber es zieht halt die ganze Sache doch ziemlich in die Länge. Wenn die Kartenlänge geht, wenn die Kartenlänge geht eigentlich jetzt auch. Wir haben die ersten zwei Stunden noch mit diesem separaten Versuch gehangen, aber hätten wir es auf Anhieb geschafft, wären das vielleicht zweieinhalb Stunden. Und ich war sehr zögerlich mit dem Einsatz von F12 und ich war sehr zögerlich mit dem Einsatz von F12. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß im Moment sowieso nicht, was ich priorisieren soll. Ich mache ja noch wieder fünf Videos. Ich habe jetzt diese Geschichte angefangen, dass ich die Darstellung von den Völkern unter die Lupe nehmen und gucke, wie akkurat die ist. Leicht oder schwer? Meins mit der KI? Die will ich auf normal machen. Ich mache die Videos, die mir Spaß machen. Die mir grundsätzlich alle, aber ich will halt nicht komplett an meiner Community vorbeiarbeiten. Das tue ich ja schon, wenn ich schon mit meinen ganzen Nichtsiedler Sachen. Ja, mach alle. Wann? Mit welcher Zeit? Gut, ich meine, der Zeit habe ich im Moment mehr als mir recht ist, aber... Das ist ja auch, da steckt ja auch Aufwand drin. Wir haben einfach so viel Nahrung. Ich bin praktisch 50% der Community und ich sage, das ist alles, was du auch jetzt gerne gesehen wird. Oh. Also, jetzt macht's. Ich bin praktisch 50% der Kugmansi. Ich bin praktisch 50% der Kugin. Wie. Ich bin praktisch 50% von Kug. Und ich bin wohl ganz normal, aber ich bin praktisch 50% von Kug. Ich bin froh, ich bin froh. willkommen zum stream aber du kommst ziemlich spät wir sind beim letzten gegner wir haben eigentlich schon vor spätestens eine halbe stunde gewonnen müssen das jetzt nur noch aufräumen welcher community bitte ich habe nie wert darauf gelegt jetzt so also grobes community sachen zu machen ja die ki kriegt auch einfach keinen widerstand organisiert wir genießen einfach ein bisschen die trojanische kampfmusik ja 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 ach jetzt kommt ihr schon wieder ja dann muss halt die nachgut kommen und das aufräumen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, jetzt rippt er seine eigenen, also die eroberten Gebäude sogar noch mit dem Hammerzauber. Hat ja keine Axtkämpfer dabei und wir reden ja auch nicht hier von kleinen Türmen mit Minimalbesetzung. Das Ding ist, die hörst du halt selten komplett. Vor allem dann den zweiten Teil, also den zweiten Track, wenn nicht die Playlist gerade damit anfängt. Ich glaube, es gibt tatsächlich schon eine Chance, dass die Playlist nicht mit dem ersten Lied anfängt. Ich wusste es, alle YouTuber sind gleich. What? Was habe ich denn jetzt gesagt, was ich nicht sagen durfte? Was? 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 Das kann sein. Ich habe geschrieben, hast du gerade gesagt, ist der Community egal? Das habe ich nicht gesagt. Ich würde nur nicht davon sprechen, dass ich wirklich eine Community habe. Meine Zuschauerschaft stammt einfach größtenteils aus der CD-Community, aber es ist nicht meine Community. Du leugnest einfach deine Fans. Nein. Okay, dann hat es ja doch sogar nur eine halbe Stunde gedauert, dass hier alles... ...das hier alles aufzuräumen. Okay. Okay, das hat jetzt nur doppelt so lange gedauert, wie es eigentlich geplant war. Guckt sich doch kein Mensch an bei dem Wort. Aber naja, ich habe dann auch Material, dass ich morgen einen neuen Missionsguide fertig machen kann. Du hast vielleicht keine große Community, wie gesagt, die Hälfte davon bin ja ich. Aber sie ist definitiv vorhanden. Wer ist die andere Hälfte? ... ... ... ... ... ... So eine feindsinnige Unterscheidung ist dem kommunistischen Manifest fremd. Die Manifest entweder evil oder sie teilt sich in einigeren Zuschauer auf. Das bedeutet, dass du mehr als eine Person bist. Darüber denke ich gar nicht erst nachdenken. Anyway, ich danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann entweder, ich denke mal morgen werde ich es noch nicht hochladen. Ich denke erst am Donnerstag wird der Missionsguide dann kommen, wenn ich ihn morgen fertig kriege. Und ansonsten dann hoffentlich nochmal irgendwann im Laufe der Woche mit einem weiteren Dark Souls Stream oder so. Bis dahin.